Gut, es sollte reichen. Ich glaube, das ist jetzt die Jedi-Bibliothek. Ja, genau, ich hatte recht. Die Jedi-Bibliothek. Ahnen die schon irgendwas? Keine Ahnung, die sehen so unahnend aus, die Jedis hier. Als hätten sie keinen Plan, was jetzt kommen würde. Aha. Ein Rodianer vor uns und der kommt. Ach, wie heißt diese Rasse? Keine Ahnung, irgendwas mit Kordial? Irgendwas. Irgendwas mit K-O-R irgendwie. Ja. Macht Schub. Oh, und volle Rüstung haben wir. Das ist gut. Und jetzt werde ich sparsamer umgehen. Ich will jetzt nicht immer mich heilen müssen. Destroy all the Jedi. No one can survive. Find the Jedi Bacon in the center. Bacon? Keine Ahnung, was ich heiße. Balkon vielleicht? Alter, Aayla Secure. Nein, nein, es ist halt ein Twilade. Muss ja nicht Aayla sein. Gut. Oh, wow, wow. Wenn du diese Klon-Truppe niederstreckst, dann strecke ich dich nieder. Alter, wehe, er lebt nicht mehr. Okay, ich konnte ihn noch retten. Moment, hier war doch jemand. Ah, hier. Okay. Okay. Okay, ähm, dieser Raum hier wurde ein bisschen der PS, der Playstation 2 Version von die Rache des Sith nachempfunden. Hier muss man auch hoch Lichtschilder zerstören und dann noch irgendwas in einem Kontrollraum tätigen. Ja, ja. Ja, wie schon auch vorhin beim Kampf von Mace Windu waren sogar Sätze aus der PS2 Version entnommen worden. Echt klasse. Also der Mod hat echt zierfleißig gearbeitet. Ich fand's immer scheiße, dass Episode 6, äh, 3, nicht blöd, Episode 6 nie für PC erschienen ist oder Nintendo Gamecube, die Konsolen, die, die Plattformen, die ich hatte. Nein. Episode 3 musste genau für das kommen, was ich nicht besitze. PS2 und, ähm, Xbox. Toll. So ne Kacke. Wegen dem Spiel wollte ich mir damals ne PS3 zulegen. Hab mich aber dann doch für PC entschieden. Alter. Ach, hier bist du. Ja, so kann es gehen, aber ich bereue die Wahl des PCs nicht. Nein, nein. Kann man schöne Sachen wie das hier, let's play. In HD. Und flüssig. Auf meinem alten PC hätte das alles hier gerockt. Ja, ja. Mein alter PC. 1,8 GHz hatte der ja damals. Ach, was heißt hatte? Er hat immer noch 1,8 GHz. Zumindest im PC, äh, im Raum meiner Schwester. Ja, der KAL07 hat ne Schwester. Und wieso erzählt er das Ganze? Weil er vom bösen Geschehen ablenken will. Vom Abschlachten der Jedis. Wir haben bis jetzt immer nur Droiden getötet, aber jetzt töten wir Menschen. Alter, was... Oh, 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 oh. Wenn das schlecht geht, dann war das ganze Level umsonst. Ich flipp dann aus. Oh, 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 oh. Ich hasse... Ich werde... Ich kriege die Krise. So. Ja, ja. Ich werde sehr weit kommen. Bis Episode 6 sogar. Aha. Wo, 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 wo. Oh Gott. Ich kriege da immer voll die Krise. Und jetzt, wann gehen die... Objekte... There are two computers controlling the force field. Find them in the activate the force field. Sind das die Computer? Ne. Ist immer... Hä? Was, diese komischen Dinger sollen die Computer gewesen sein? Ach, keine Ahnung. Ja, woher kommst du jetzt, du? Oh, okay. Ich freue mich aufs neue Headset. Ich freue mich auf das neue Headset. Oh mein Gott, ey. Wie oft ich mich verspreche. Das arme Headset wird meine scheiß Wörter dann aufnehmen müssen. Oh mein Gott. Das war jetzt böse. Das war jetzt wirklich sehr böse von mir. Gut. Okay, jetzt geht's dann nicht hier weiter. Bitte keine neuen Yetis. Ah, nur hier. Nein, bitte keine Jedi-Meister oder so. Ähm, von wo bin ich gekommen? Komm von hinten. Und hier geht's weiter. Oh, entschuldigung. Ich musste aufstoßen. So. Was? Okay. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ich werde sterben. Fuck, jetzt sollte ich sichern. Nein. Ich kann nicht sichern. Ich habe es vorhin mal probiert und wenn ich jetzt was Falsches drücke, dann werden wir einen Quickload haben. Nein. Ich könnte noch schon, aber nein. Oh mein Gott. Moment. Erkenne ich, wer das ist? Fuck. Synthvalik. Der ist aus der PS2-Version von Episode 3. Ein Jedi-Meister aus einem Comic, soweit ich richtig Bescheid weiß. Oh mein Gott. Hoffentlich kommt nicht noch seine Schülerin. Wie heißt die irgendwas mit Z, die zwei grüne Lichtschwerte hat? Defeat Jedi-Master Synthvalik. Fuck. Komm runter. Alter, ich will da nicht hoch. In diesem Raum hier übrigens gibt es ein Bonus-Level mit Yoda, wo er gegen Klon-Truppen kämpft. Denke ich zumindest, ob es der Raum ist. Hey, ich komm. Alter. Ich will jetzt nicht cheaten müssen, um hochzukommen. Okay, hier ist viel Leben. Das ist gut. Alter, komm runter. So. Ja, jetzt. Oh nein, ich will es nicht riskieren. Wie, ich will ... ... Ge is ...